So und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Skywars. Ja ja es ist Montag. Achja hier war ja nix drinne. Montag. Ja ja. So ähm. Ja. Loot ist äh scheiße. Alter ich hab kein Schwert ne. Ich hab ernsthaft kein Schwert. Ist doch jetzt nicht wahr oder. Ähm. Mit was soll ich bitte kämpfen? Hallo? Boah. Ich hab Rüstung aber kein Schwert. Machen wir uns einfach mal ein Holzschwert. Better than nothing. Würde ich mal so behaupten. Ja. Äh. Ich hab ein Problem wa? Ganz starkes Problem. Da war echt nix drinne. Da war echt nix drinne. Ja. Baut sich in die Mitte. Ja keine Ahnung. Dann müssen wir uns immer nur zu dem da bauen. Leider null Plan. Was für ne Kut. Okay. Hat sich erledigt. Der wirft sich in die Mitte. Tritt aber nicht. Ist nicht so schlimm. Jetzt haben wir wenigstens den Kill von ihm. Und oh. Geil. ein besseres Schwert. Ein besseres Schwert. Na ja. Er ist runtergesprungen. Interessant. Mal sehen. Den Namen. Da 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 da. Ah. Ah. Oh. Nochmal ein besseres Schwert. Ich glaub. Ja doch. Das kann man nehmen. Oh. Das war ne Pro 2. Ne Pro 2. Die ist ja viel besser als meine eigentlich gewesen. Oh. Die Manschuh. Die Manschuh. Geil. Oh. Ähm. Ich würde mal schätzen. Was der dort hinter sich gar nicht geguckt hat. Ah. Scheiße. Alter. Da war ich echt zu langsam. Schade. Oh. Oh. Ich hab ne andere Idee. Na. Komm mal. Jetzt will der sich das so verbrochen. Da haben wir mal mal Blöcke drinne. Ah. Ich könnte mir theoretisch. Ja. Ich könnte mir die ja hinkaufen. Der da ist nur am brechen. Nichts. Zack. Mal besseres Equipment. Oh. Was ich hier alles entsorgen kann. Wobei die kann man nicht brauchen. Das nicht mehr. Das auch nicht mehr. Ja. Leg ich auf fire resistance drauf. Ah. Sogar noch ne gute Minute hab ich das. Ja. Geil. Gibt ja da irgendein geiles Equipment. Ne Ahnung. Ist das. Ja. Brustplatte. Geil wa? Hi. Boah. Alter. Heute ist aber ganz schön am laufen hier ne. Hätten noch nen Dias Shred gehabt. Was hat das denn drauf gehabt. Chabnis 1. Schade. Mal gucken. Was die anderen Rüstungsdinger hier hatten. Prot 1. Prot 1. Oh das klingt gut. Äh. Alter. Ich hab halt einfach null Plan was ich jetzt machen soll. Ist kein Ambus ne. Ne. Schade. Ähm. Joa. Hier auf der Map gibts auch gar kein Ambus oder? Ne. Nicht dass ich wüsste. Ne. 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 Da. Ne. Da war er doch. Ne. Ne. Haben sie erstmal alle Chunks entladen. OK. das hier eventuell was schönes noch, naja, wir müssen Müll loswerden, ich weiß nicht, wobei, das hier kann nicht loswerden, das, ganz ehrlich, ich hab genug Essen, das kann nicht loswerden, Fackeln braucht keinen Schrein, zumindest ich brauch's jetzt nicht, jetzt nicht, also später wahrscheinlich. Ich bräuchte den hier mal, ich hab halt echt keine Enderperle um mich zu retten, er ist da in der Base, beziehungsweise kommt er gerade her, ne, da war ein Auto hier im Hintergrund, war bestimmt ein schönes Auto, ne, bestimmt wieder Jean-Pierre hier am Boom fahren gewesen, oh geil, der Mate kommt, du hast mich wahrscheinlich ähnlich gesehen, doch hat er, geht der jetzt weg, wer wird. Und tschüss. Das ist mein Nachteil, dass ich keine Enderperle habe. oh, guck mal, jetzt wird der gesandwiched, hm, ich hab mir eigentlich eine andere gebraucht, ne. Ah, das ist mir zu risky, Alter. Viel zu risky. Mann, wir sind die letzten drei, oh, damn. Alter, das ist für ihn jetzt in der Mitte so richtig mies, weil wir sind full dear. Alter, ich will hier nicht runterfahren, ja, guck mal, der hat er abgebaut. Oh, lol. Gigi. Egal, äh, wir haben zwar nicht gewonnen, aber fünf Kills gemacht. So, nach der ersten erfolgreichen Runde hoffe ich jetzt auf eine zweite erfolgreiche Runde. Wahrscheinlich wird es eh nicht sein, aber, naja, man kann ja hoffen. Äh, wop, ey. Okay, gut. Naja, es geht. Gibt besseres. Äh, was macht mehr Damage? Die Axt macht mehr Damage. Okay, ähm. Wie wir machen können ist das hier austauschen, dann den Jettel da hin. So. Wobei da war ein Pfeiltring drin. Geil. Sind wahrscheinlich, naja, sind schon wirklich in der Mitte. Ich hätte sonst gesagt, ich gehe jetzt direkt in die Mitte mit der Enderperle, aber demnach ist er nicht so jetzt. So. Da haben wir direkt den Nate mal. Ah, ja, ich weiß, dass der in dem Haus da ist. Habe ich eine Spitzhacke? Leider nein. Hm. Doof gelaufen. Ich würde halt gerne den da noch abbauen. Uh, der hat nen Hirschweb. Oh, da kommt noch einer. Noch einer, verdammt. Ich weiß nicht, wer ist der, ob ich da habe? Wäre echt witzig, wenn nicht, ne? Der probiert genau das, was ich probiert habe. Okay, äh, das war witzig. Aber trotzdem noch, dass wir auch echt nix, dem sein Nut aufgesammelt haben, war. Das war nur ne Holzspitzhacke, aber hey. Besser als nix. Was? Achso, der ist hier rausge- gegangen gewesen. Achso, lol. Lol, habe ich ja gar nicht gecheckt. Habe ich trotzdem kein Schwert, ne? Scheiße. Äh, ja. Umsonsten hab ich ganz Sorgen gemacht, ey. Was hier da oben nicht ist. Oh, warte mal. War da ein Schwert drinnen? Ah, kein Schwert. Besser als... Ah, die ist in der Welt. Was? Nein. Gut, wird es nicht besser als alles in der Welt. Oh, oh. Da war mein Chef der vierten Jamonsch, wird ja besser. Oh, oh. Haben wir hier noch irgendwas zum Looten? Bitte, bitte, bitte. Nö. Schade. Okay. War das eigentlich gerade ein Arschloch-Move, den ich gemacht hab? Irgendwie schon, oder? Wie viele leben jetzt eigentlich noch? Wow. Ich mach's einfach. Au. Ich weiß, dass ich den nicht bekommen werde, aber... Naja. Könnt's ja trotzdem mal probieren. Schade. Wo war ich der andere? Okay, den haben wir gerade in der Mitte und... Okay. So. Jetzt aber die dritte Runde. Äh... Ja. Ich hoffe einfach mal auf das Beste. Naja. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Äh... Da haben wir Enderpergel. Das gefällt mir. Könnt ich theoretisch mich retten, wenn ich wollte. Woll ich eigentlich essen? Boah, ich hab nur wie das da. Mann ey. Da ist auch schon jemand in der Mitte. Der krieg ich schon gesucht. Gehen wir da auch mal hin. Zack. 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 Da kenn ich nix. Mich durchzubauen. Zack. Den fudern wir mal einfach. So. Just for the lols. Äh... Ja. Prot 2. Auf jeden Fall. Prot 2. Jamon. Jamon. So. So. Direkt drüber. Vielleicht hat er es nicht gecheckt, dass ich da bin. Dann kommt er einfach runter. Na komm. Okay, da weiß es, dass ich da bin. Scheiße. Oder auch nicht, ne? Ich will seinen Helm. Ich will seinen Helm. Ich will seinen Helm. Ich will seinen Helm. Boah. Geil. Ich krieg seinen Helm. Jetzt hab ich den Helm weggeworfen. Ah. Cool. Ich hab seinen Helm. Hm. Wo ist eigentlich mein Feuerwehrsitrank? Da. Den sollte ich mal so langsam trinken. Ich weiß ja nicht, was da jetzt noch kommt. Wow. Habt ihr den da oben fliegen gesehen? Ich auch. Ah. Ah. Hopp. Hey. Na. Was geht ab? Komm runter. Ah. Wieso müssen Menschen sich... Loll. Okay. Äh. Das haben wir jetzt einfach mal nicht gesehen. Der nächste Maid ist wahrscheinlich dahinten. Ach. Ah. Okay. Er hat auch nichts weiter geschrieben. Warten wir nicht. Ne. Bäää. Aua. Okay. War scheiße. Ähm. Ist da irgendwo einer? Nö. Ist da irgendwelche? Ist da alles? Ist da nichts wirklich in der Haute? Ist ein Schreis. Was eine Kacke. Rennen wir einfach mal durch. Durchrennen. 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 Bis unser Kompost umschlägt. Was wahrscheinlich nie passieren wird. Weil alle wahrscheinlich in der Mitte sind. Wenn alle in der Mitte wären im Team. Hui. Das wäre heftig. Ah. Da ist auch noch kein Weg. Auf jeden Fall ist einer in der Mitte. So. Ähm. Da ist ein Weg. Okay. So. Ähm. Gibt es hier noch was schönes? Nö. Gibt es hier noch was schönes? Nö. Gibt es hier noch was schönes? Nö. Ey. Ne. Nö. Nicht rumbangen. Wann ich eigentlich mittlerweile anderes essen? Ne. Kompass kommt dahin. So. Ah. Fastbridged. Interessant. Zack. Ist das nicht freundlich. Ich bin jetzt schon fast wieder ne Runde gegangen. Wow. Passt. Solange wir alle Herzen halten. Ah. Da sind die nächsten. Interessant. Alle auf einem Haufen. Ist das nicht freundlich. Dass ich den jetzt hier auch noch abgestoppt komme. Mal. 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 Der ist halt hier oben drinnen, ne? Hi. Ich hab halt die Angel, ne? Und drei Enderperlen. Ich kann ihn auf drei packen. Und das... Warte, schönen Eisig. Jojo. Geil. GG. Ähm. Was ist das für diese Folge? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.